Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Fabian, kam auch über Instagram. Und wenn ihr Fragen habt über unseren Instagram Account, könnt ihr sie gerne schicken. Und Fabian wollte wissen, hey ihr, kurze Frage, salz ich jetzt vor dem Winter nochmal auf oder eher weniger, wenn kein Bedarf ist, nicht aufsalzen. Wir halten uns die Waffen immer zurück für dann, wenn wir sie wirklich brauchen. Und wie viel Wasserwechsel kann ich denn noch bei schwankenden Temperaturen machen? Danke schon mal im Voraus und schönen Sonntag. Wasserwechsel, also im Winter, wenn die Temperaturen mal unter 15 Grad sind und immer viel gefüttert wird, reichen 5 Prozent in der Woche. Ich weiß, die meisten machen deutlich weniger. Mit dem großen Risiko, mit der großen Gefahr der Säurestürze, vor allem bei denen, die ja im Sommer schon zu wenig Wasserwechsel gemacht haben, die keine Karbonathärte mehr im Wasser haben, aber das schneit zu, keine mehr. Dann setzt sich der Trend des fallenden pH-Werts über den Winter fort. Und irgendwann sind auch die Käu fort und tot. Und wenn das Sterben dann mal losgeht beim extrem niedrigen pH-Wert, dann ist wirklich richtig scheiße. Also macht euren Wasserwechsel und du ab sofort 5 Prozent. Und ohne Grund wird nicht aufgesalzen. Und schließlich im Winter jetzt gehen wir um Bodenablauf wegen der Temperatur. Aber das ist auch so eine Frage, die man nicht beantworten kann. Wenn du deine Pumpenleistung reduzierst, kannst du theoretisch auch einen Bodenablauf oder einen Skimmer schließen. Aber auch wenn im Winter, wenn du jetzt ein bisschen was fütterst und die Käu in Folge dessen ein bisschen was scheißen, dann werden die nicht sterben, wenn eine Bodenablaufleitung nicht mehr so stark zieht und da ein bisschen Kot in der Bodenablaufleitung liegt. Also die ganze Natur funktioniert dafür langsam. Also keine Sorge, du kannst schließen, du musst aber nicht schließen. Wichtig ist, dass wenn du im Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder höher sind und du das System wieder auf Sommerbetrieb einstellst, dass du dann wieder alles aufmachst und richtig Vollgas gibst. Also ich persönlich würde im Winter alles so lassen, wie es im Sommer ist. UV-Lampe aus, Pumpe runter, soweit es geht, dass noch ein bisschen Strömung ist. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Fakt. Nehmt den Koi im Winter, je nachdem, was ihr für eine Teichform habt, die Strömung. Weil gegen die Strömung anzuschwimmen, das kostet richtig Energie. Macht ruhig, wenn ihr kalt überwintert und alles ist fein. So, Fabian, ich hoffe, deine Fragen ausreichend beantwortet zu haben. Mach's gut und vielen Dank und bis zum nächsten Blog. Vielen Dank. Vielen Dank.